Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest P4-N73R4 in Divagardesund an dieser Position. Starte von diesem Flugpunkt aus, Wachkupe Divagardesund und laufe gleich mal los. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob er gerade da ist. Es könnte sein, dass ihn gerade andere Spieler machen, das weiß ich ja nicht. Aber ich werde auf ihn warten, falls er nicht da ist, damit ihr seht, dass er wirklich an der gezeigten Stelle auch ist. Könnte sein, dass man sich auch durchkämpfen muss zu ihm. Aber mal schauen. Ich laufe diesen Pfad hier hoch. Dann biege ich nach rechts ab. Gegner sind noch keine da. Finde ich sehr positiv. Weltquest ist aufgeploppt. Und wie man sieht, ist der Mobquad nicht da. Aber hier oben an dieser Stelle Spawnter. Hier sieht man auch die Leiche. Wie gesagt, ich warte hier ein bisschen. Wie man sieht, kommen auch noch andere Spieler. Weltquest sollte kein Problem sein, also. Würde ihn als Dämonenjäger auch allein schaffen. Mein aktuelles Itemlevel ist 214, also nicht besonders hoch. Und da ist der gesuchte Weltquest-Mob. Kann man auch stunnen. Mache hier aber auch die Map auf. An der Position, wo ich gerade bin. Also an der Stelle Spawnter. Und abgeschlossen. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao.